...Gedenken, der leider dieses Jahr von uns gegangen ist, ja, dazu, helft bitte alle eure Gläser, genau, hier, das muss sein, das muss sein, ja, ich wollte eigentlich auch nochmal gerne, wir hatten die letzten zwei Jahre viel Kontakt, ja, und er wollte eigentlich gerne nochmal hier mit dabei sein und hätte ein bisschen mitgeschickt oder so, also alles das, was hier noch zu machen ist, er hat es geschafft, er hat gedacht, er schafft es, aber leider hat er es nicht geschafft, aber wir grüßen, wir grüßen Klaus und auch meinen Sohn, auch Dietrich noch mit dabei, und alle, die uns verlassen haben, Prost.